ja willkommen zurück bei körper space programm bei einer größeren pause jetzt will ich an dieser stelle weitermachen mit der erforschung des körper systems noch bevor körper space programm 2 erscheint deswegen werde ich euch ab jetzt immer noch wieder mal mit kleinen häppchen körper space programm versorgen und heute soll die mission nach leite starten oder leite oder wie man auch immer mit diesen johlmund nennt denn da gibt es noch ein easter egg zu entdecken was wir bisher noch nicht besucht haben und das war natürlich nachholen und da werde ich zunächst erstmal das spiel starten auf geht's so da sind wir jetzt machen das mal hell so und da habe ich mir letzten zeit schon was zusammen gebastelt das muss man noch suchen leite explorer ist genannt so sieht das ganze aus es muss natürlich hin und zurück unsere körper sollen wieder nach hause kommen zum thema kürbels wir haben chap und bill drin mal gucken wie wir die ausstatten wollen wir die in diesem suit lassen oder wollen wir den spacigen nehmen oder als nostalgie gründen heute den hier genau den nehmen wir jetzt mal wieder gibt es noch vier färbungen das ist doch war nur mit dem in das grün gewohnt die kennt man nicht von dieser farbe her ok chap und du als technik techniker will ich eigentlich nicht ich will wissenschaftler mitnehmen du kommst mit so und der wissenschaftler kann auch wissenschaftlich aussehen kann man nach gut denken umfärben kann man das auch wieder zu machen klar warum nicht das sieht halt mal so aus so gucken wir noch die sitzen ja hier oben drin die soll nicht in der lande büchse sondern die sein der kommandokapsel lande büchse ist ja von lander lande büchse heißt das ding hier jetzt sitzen sie oben drin und die fallschirme wollen wir gleich mal zu hause lassen also weg damit das ist nur unnötiges gewicht so man sieht ist ein bisschen sperrig das ganze ding und ein bisschen groß ich hoffe mal dass ich alles richtig gesteckt habe erstmal das ist schon mal wahrscheinlich spieler noch ein bisschen umstecken großteil ist funktionieren wir schauen uns das jetzt einfach mal an und versuchen erst mal in den orbit zu kommen nochmal drüber speichern und auf die startrampe damit wackelt noch ein bisschen aus dann werden wir diesen tank mal hier anheften wenn er leer ist muss man ihn nämlich absprengen das ist nur ein zusatztank der ausgewicht am anfang ein bisschen erhöht damit sie nicht zu schnell sofort macht die rakete und zum anderen natürlich treibstoff liefert bis sie leer sind und dann die volle rakete weiter fliegen lässt so der plan da können wir die kamera ein bisschen mittiger ausrichten damit wir auch was erkennen können und versuchen erstmal in die umlaufbahn zu gelangen das hier sieht ein bisschen abgeschnitten aus wenn man da rein guckt da oben sind sie drin so aber jetzt soll es losgehen Achtung und Feuer frei ja ganz allmählich erheben wir uns und wackeln uns in richtung naja oben halt ganz kleines bisschen schwenken können wir schon bloß nicht zu viel so damit das ding stabil bleibt im flug man sieht die dinger leeren sich und sobald die leer sind weg damit aber noch ist es nicht so weit jetzt so da fallen sie nach unten hoffentlich treffen sie nicht das Pad und die treffen sich gegenseitig vielleicht ja ja die zerlegen sich schon drüber so leichte geschwindigkeit ein klein bisschen drossel man sieht ich habe doch eine menge triebwerke verbaut sieben Kilometer langsam stößt man hier hin vor wo man dann auch ein bisschen einschwenken können das war glaube ich der Aufschlag der Booster die wir vorhin abgesprengt haben jetzt können wir noch weiter einschwenken weil wir schon 22 Kilometer haben so aber nicht zu stark sonst fällt das ganze Ding um immer schön 90 Grad Winkel versuchen zu halten noch kann ich nicht weiter schwenken weil ich die Booster die ich jetzt gleich absprengen will auch nicht mit der eigenen Rakete treffen will wir kommen schon gleich in den Weltraum raus die Umlaufbahn aber die Booster möchte ich gern noch loswerden jetzt können wir das ganze ausrichten so ungefähr ja ich weiß jetzt nicht ob das der effizienteste Weise war aber mit so einem großen Ding muss man ein bisschen vorsichtig sein wie man das lenkt und so weiter und走吧 wie man das neck So, ich denke jetzt können wir mal ein Manöver einstellen auf der Karte. 16 Sekunden. Wir müssen uns aber vorher noch ausrichten. Wackeln ein bisschen hin und her, das ist ein bisschen ungünstig. So, wir sehen, 90,85, das ist für unsere Zwecke gut. Ja, wir sehen, wie viel jetzt hier noch übrig ist, nicht mehr viel. Einen kleinen Schubs werden sie uns noch geben Richtung Leyte, beziehungsweise Richtung Johl. Das geben wir als nächstes mal an. Indem wir hier diesen, wo war es, das hier, Aktionsset, ne, wo war denn das, hier. Also, wir wollen nach Johl erstellen. So viele Stufen muss ich da verwenden, ich glaube nicht. 1900 in 401 Tagen, 2 Minuten 56. Ja, und ob wir das schaffen, das schauen wir dann beim nächsten Mal. Achso, erst mal habe ich schon noch Stellen gemacht. Ja, prüfen wir es mal, ob wir auch wirklich da rauskommen, wo wir hinwollen. Ja, ist zwar hier noch ein bisschen, naja, nicht die günstigste Flugbahn, aber was soll's, wir versuchen es trotzdem. Und das Stacking wäre ich noch ein bisschen, also, kann ich jetzt gleich noch mal testen. Die zwei, haut es als nächstes ab, dann, was ist das? Eigentlich ist das dran, Endkoppler. Oh, der muss natürlich dann als nächstes kommen, ne. Da müssen wir das tauschen. So. Dann, die Stufe muss den Rest bringen, bis Slayette und auch noch bremsen. Ich hoffe, das hier ist Unsinn, was hier steht, aber man sieht ja auch, das schwankt kurz. Gut, das werden wir dann beim nächsten Mal testen. Für heute sei ja auch Tschüss, macht's gut. Bis dann, euer Astronir. Tschüssi. 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 Musik Untertitelung des ZDF, 2020